Was soll, Leute? Hier ist wieder Drug Lines mit Let's Play Metal Gear Solid 2. Wir haben jetzt weniger als zwei Minuten, um zurückzukommen. Oh je. Bitte bleibt da. Bitte bleibt da. Bitte bleibt da. Okay, okay, okay. Okay. This Metal Gear is a prototype designed to be operated by an onboard pilot. In its final form, Ray will be unmanned, driven by tele-existence and an autonomous control system. Dreht euch. Bitte. The importance of next-generation technology such as C4-ISR and RMA in battle situation has been discussed time and again. But Ray is the first to deploy it so fully. With Ray's completion, the Marine Corps will lead the way for a new age of military tactics. The brain drain of nuclear specialists and the black market trade and weapons. War jetzt nicht mehr zu verhindern. Ich muss irgendwie zur anderen Seite und dann dort rüber. Das passt zeitlich grad gar nicht. Was? So, das heißt, ich darf jetzt auch die Kameraschüsse alle nochmal neu machen? Nein. Wollte ich auch schon sagen. This new model of Megazin is codenamed Ray after the great Manta ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear we can rule the sea and land as we never have before. Gut. Dann mach das mal. Hauptsache, ihr bemerkt mich nicht. Gut. Ich hab jetzt auch mehr Zeit, weil die Fotozeit wieder drauf geedit wurde. Ja, dreht euch. Ich muss mal kurz was gucken. Ich scheine wirklich alle zu haben. Wenn nicht, dann ist es einfach nur wieder Fail. So, hier nach links und dann sollten wir rüberkommen können. Hoffe ich. Ja, mach das mal. Ach man, jetzt darf ich schon wieder von vorne. Ich vergete das immer, dass die mich hören können. Snake, was ist denn? Snake? Snake! Mann. Ich krieg's heute nicht auf die Reihe, irgendwas Gescheites zu leisten. Niemals. Niemals. Interessant. Am Ende des Partes kann jeder bitte die Ansprache auswendig. Ich werde es abfragen. Ihr schreibt es mir unter die Kommentare, klar? Die gesamte Ansprache. Das sollten so an die 10 Kommentare sein. Die jeder User von euch postet. Hopp, hopp. Macht's. Als ob ich euch doppelt bestrafe dafür, dass ich versage. Wäre aber schön, wenn jemand das machen würde, die ganze Ansprache aus dem letzten und diesem Part zusammenfassen. Warum hat er das jetzt nochmal wiederholt? Hatten wir das nicht eben? Gut, zeitlich wird's passen. Ich hoffe, dass er all meine vier Fotos angenommen hat. Hallo. Die Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility to reduce nuclear defense. Geht doch. Bums, 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 bums. Hallo Leute, ich muss zum Computer. Achso, hier. So. Hä? Wo war denn dann der Computer? Wo war der Computer? Südöstlich. Ich bin im Süden und im Osten. Alter? Unten? Hey! Du sollst da runterklettern. So, ich hab die alle. Was sagst du darüber? Nicht ernsthaft. Gott. Wisst ihr was? Ich guck jetzt einfach mal nach. Wir sehen uns dann gleich am... Wenn ich rausgefunden hab, wo. So, da bin ich wieder. Ihr seht es, wo der Computer war. Er war direkt hier. Da. Oh Mann, bin ich dumm. So, dann wollen wir mal ein bisschen Hacking betreiben. So, erstellen wir hier mal einen Emulator. So. Und daraus spielen wir jetzt Metal Gear Solid 2 auf dem PC. Wie, ist zu langsam. Hier noch ein bisschen Hacken. Das Passwort, incorrect. Nein. Und jetzt das Passwort. Nein. Vielleicht Penis? Nein. Vielleicht, ähm... Irrweg. Ja! Ist doch gut. Das Passwort ist Irrweg. Ah-ha. So. Gänzt Fotos hochladen. Hi. So, any Kodec-Moments from you, Snake? Okay. First up. Sorry, but this doesn't work. I hate to ask, but can you try again? Next up is... Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. Verdammt, jetzt hab ich ihn abgebrochen. Kannst du das nochmal sagen? Okay, das bringt's. Eine tolle Vorderansicht. Und das nächste ist fantastisch. Das Slogo Marines ist deutlich zu erkennen. Und das nächste ist... Hm, das müsste nochmal schärfer sein. Wir brauchen hier höchste Qualität. Und alles klar, vergiss... Äh, ja. We, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Reign. That is all. Dismissed. Excellent speech, my friend. Who the... Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. End of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Ocelot. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, no. I'm taking it back. Steal this thing. Grelukovic. Nobody move, understood? This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly.